Hol ihn euch! Obwohl, ja komm, eingehen wir ihn noch mit. Wie die ging daneben, die Attacke? Was ist denn da los? Komm, Erika. Deckel es. Aber kommt der Jürgen zum Einsatz. Komm, Flug Otto. Das ist Bullshit. Er ist paralysiert, kann aber trotzdem noch hier voll angreifen. Das macht keinen Sinn. Warte, Rocco hatte Stein-Pokémon. Warte, was war gegen... Wasser und Elektro war gegen Stein effektiv, ne? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder waren Pflanzen gegen Stein effektiv? Los, Joachim, du bist dran. Ja, ja. Ja, ich muss gleich die Erika ein bisschen fit machen. Puh, das war eng. Kleinstein. Los, Erika, du bist dran. Ich bin noch ein Pfosten, ey. Geh kaputt, Junge. So, komm. Doppelkick. Babababam. Freu, freu, freu. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Damn. Jetzt kratze ich dich kaputt. Ja, oder auch nicht. So. Kleinstein ist down. Jetzt kommt doch Onyx, ne? Genau, Onyx. Nö, Erika bleibt. Geh bitte down. Geduld. Ja, die hab ich aber nicht, die Geduld. Flug Otto, du bist dran. Du musst es jetzt richten. Mit nem Ruck-Zuck-Hieb. Bam. Yes, yes, yes. Ha, geil. Felsorten ist mein. Ähm, ja, ansonsten hat Spaß gemacht. Geht auf jeden Fall weiter hier, das Abenteuer. Äh, ich sag mal, schönen Abend noch und so. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch und so. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch und so. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch und so. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch und so. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch und so. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch und so. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch und so. Ja, ich sag mal, schönen Abend noch und so.